Die Bestellung von M-Way Produkten ist schnell und einfach. Sobald Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, vergehen nur wenige Tage bis zur Lieferung. Bevor Sie Ihre M-Way Produkte in Empfang nehmen können, haben diese schon viele Kilometer zurückgelegt. Lassen Sie uns diesen Film zurückspulen und herausfinden, was den Ball ins Rollen gebracht hat. Die XS Business Group meistert die logistischen Herausforderungen Ihrer M-Way Bestellung. Die XS Business Group verwaltet M-Way Produkte in verschiedenen Warenlagern und Vertriebszentren in den Niederlanden, Polen, Ungarn und Russland. Die meisten M-Way Produkte werden in den USA hergestellt. In Seekontainern werden die fertigen Produkte dann verschifft und erreichen europäischen Boden im Hafen von Rotterdam in den Niederlanden. Von dort aus werden Sie auf der Schiene in das zentrale europäische Warenlager in Wenglo transportiert. Vom niederländischen Venlo aus werden Sie zu unserem lokalen Vertriebszentrum im ungarischen Budapest transportiert. Unser Vertriebszentrum in Budapest arbeitet mit den höchsten Technologie- und Effizienzstandards. M-Way Produkte wie Ihre gehen dort täglich in großen Mengen ein. Um zu gewährleisten, dass die Produkte nicht verloren gehen, werden spezielle Kodierungen, sogenannte RF-Tags, angebracht, die die Rückverfolgbarkeit sicherstellen. Die Produkte werden dann an der Ihnen zugewiesenen Stelle im Warenlager gelagert, wo Sie auf Ihren Weitertransport warten. Wir nutzen einige dieser Produkte zur Zusammenstellung von Angebotspaketen oder Literatursets. Die meisten Produkte enden jedoch in der Kommissionierung, wo sie zu Aufträgen zusammengefasst werden. Zuerst werden die Verpackungen mit einem individuellen Strichcode versehen. Indem diese Strichcodes gescannt werden, werden die Kartons an die richtige Stelle in der Kommissionierung geleitet. Empfindliche Produkte werden mithilfe eines sprachgesteuerten Pick-to-Voice-Systems zusätzlich in einen kleinen Innenkarton verpackt. Unser modernes Pick-to-Light-System signalisiert, welche Produkte in einem Karton zusammengestellt werden müssen. Am Ende des Kommissionierungsprozesses werden die Rechnung und der Lieferschein zur Bestellung hinzugefügt. Alle Kartons werden gewogen, um etwaige Kommissionierungsfehler zu beheben. Im Bedarfsfall ordnen wir die Produkte in einem Karton neu. Die fertigen Bestellungen werden fotografiert, sodass wir schnell auf etwaige Beanstandungen reagieren können. Bevor die Kartons verschlossen werden, werden die darin enthaltenen Produkte neu geordnet und die Kartons mit Füllmaterial aufgefüllt, um die Produkte vor Beschädigungen zu schützen. Bestellungen mit demselben Bestimmungsort werden für den Weitertransport in ein Transportzentrum von unseren Mitarbeitern auf denselben Paletten oder im selben LKW gestapelt. Wir arbeiten mit den besten Paketzustellern zusammen, um einen reibungslosen Vertrieb zu gewährleisten. Über das Vertriebsnetz des Paketzustellers liefern wir Ihre Bestellung an Ihre Haustür. Excess Business Group. Matching Supply Chains.